Mein Name ist Alexander Wilden, ich bin der Geschäftsführer der Schwarzgruppe und auch Inhaber. Die Schwarzgruppe ist ein Unternehmen mit neun Standorten weltweit. Wir stellen Wärmebehandlungsanlagen und Werkzeuge hauptsächlich für den Bereich des Presshärtens her. Die Stellenwert unserer Auszubildenden in unserem Unternehmen ist sehr hoch, weil für unsere Produkte, die wir herstellen, wir sehr qualifizierte Mitarbeiter brauchen. Deswegen haben wir auch zurzeit 20 Auszubildende in unterschiedlichen Bereichen bei uns im Unternehmen. Das sind sowohl mechanische als auch elektrotechnische Bereiche wie auch kaufmögliche Bereiche. Wir haben des Weiteren vor einigen Jahren eine Lehrwerkstatt in unserem Werk in Schleckheim installiert und konzentrieren da also die Ausbildung der technischen Berufe an einer Stelle. Wir bilden normalerweise nur die Auszubildenden aus, die wir auch übernehmen. Wir sind da schon sehr selektiv im Prozess, bevor wir die Auszubildenden einstellen. Wir bilden also nur nach Bedarf aus. Wir haben so gut wie keine Fluktuation. Ich könnte also nicht sagen, dass wir also Auszubildenden übernehmen, die uns dann nach zwei, drei Jahren verlassen. Also den Fall, den haben wir so nicht. Mein Name ist Iris Meier. Ich bin 24 Jahre alt und habe damals im Jahr 2014 bei der Schwarzen GmbH begonnen, mit einer Ausbildung als Industriekauffrau und habe gleichzeitig BWL an der FH studiert. Während meiner Ausbildung habe ich alle Abteilungen in der Schwarzen GmbH durchlaufen. Nach meiner Ausbildung habe ich mich dann auf den Bereich Marketing spezialisiert und habe anschließend auch einen Anstellungsvertrag bekommen als Assistentin der Geschäftsführung für die Bereiche Marketing und Vertrieb. Was mir in der Schwarzen GmbH sehr gut gefällt, ist, dass man nicht auf einer Stelle stehen bleibt, sondern permanent gefördert wird. Der ausschlaggebende Grund, warum ich damals eine Ausbildung in der Eifel angefangen habe, liegt für mich jetzt vorrangig nicht an der Eifel. Für mich lag der Vorteil darin, dass das Unternehmen als Anlagenbauer und Mittelständler sehr international ausgerichtet ist. Natürlich ist das für mich ein großer Vorteil, dass ich aus Simmerath komme. Die Kollegen, die kommen größtenteils hier aus der Gegend und vor allen Dingen, ich lebe hier quasi in der Gegend, die andere nutzen, um Urlaub zu machen.